hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video blutzer aus defense 5 hier auf meinem kanal pgloch oder können bin es wenn es gab schon lange kein blutzer aus defense 5 mehr seitdem ich meinen kanal als wiederum stellung umstelle aber es gibt eine neue karte die nass gar linien also mal gucken ob die gut ist hier kommen von zwei seiten rein oh mein gott das ist so wie die karte bei 5.000 6 zwei möglichkeiten und auch zwei ausgänge keine ahnung ich würde sagen wir stellen einfach mal hier nehmen auf jeden fall einen hinschaffen und unterstützung weil das kostenlos ist das noch hin und wir starten und am anfang sieht es noch sehr easy und leicht aus sehr schön nein ja muss man sagen bis jetzt läuft es noch sehr gut ja das eklig ist das nach der runde weg aber egal so ok wir sind also noch viel zu schwach unterwegs sehr schön und haben ein problem mit unserer abwehr ja danke das wollte ich gar nicht mehr ich brauche kohle merke ich gerade nö ich habe geld okay dann könnten jetzt auf jeden fall noch einen zweiten affen hinstellen wenn ich platz finde ich würde mal sagen ja so ich habe keine was ich mache ich kenne die karte nicht ich sage neu für mich ja wird interessant ja der macht schon mal das was der andere nicht macht boote können nicht stellen schade bis jetzt sieht es gut aus es sieht bis jetzt noch gut aus wird aber immer schneller ich habe keine ahnung ob wir die runde bis zum ende schaffen ja das ist eigentlich eine gute idee die war auch gratis war schön in der kiste drin aber eigentlich ist eine gute idee die machen wir jetzt mal ein bisschen besser hier könnt ihr ja eigentlich auch anlegen sobald ich ein bisschen mehr geld habe ne eigentlich ist das ding gar nicht so schlecht what was war das denn ey hallo alter was für ein glück dass ich die nagelfabrik hier habe safe gewaltig oh man ey das ist die einzige die gerade am ende noch schaden macht okay jetzt jetzt marschiert das zeug ist sehr schön ich will noch einen haben aber dann hier hin damit wir hier vorne nochmal abschalten äh falsche richtung danke eigentlich der schlechteste platz dafür aber okay wir verkaufen sie wieder die bringt uns da nichts äh taktischer wäre es direkt hier am ende nochmal abschalten halt wirklich was durchmarschiert dass wir hier nochmal zu machen okay ich könnte auch mal die affen verbessern ich würde gerne jetzt stehen wir noch gut da wir haben aber noch eine menge runden vor uns ja ich muss noch mehr stellen ich mach mal den hier besser ach du scheiße ist das effektiv alter nur die nägel halten die auf alter das auch nur gerade so boah war das knapp alter war das knapp ich sollte mal auf kanonen sparen ne ja ich spare jetzt mal auf kanonen ich glaube das ist eine gute sache erste kann ich schon äh Mist okay grad so nächste kann ich auch sehr gut ah ne die ninjas kommen getarrte sehr schlecht die schlagen sich aber sehr gut jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld farmen Alter das arme Ding ja ist gut mit dem hinten absichern auf jeden Fall ähm wenn er was durchmarschiert wird es da noch Alter kommt da vieles einigermaßen blockiert ich brauch mehr Kohle dann müssen wir Geld machen Alter sieht das bösartig aus oh getarnte oh getarnte ich nehme mal sicherheitshalber noch ein paar Sniper unter Vertrag ich denke mal drei Stück ja die heilige Dreifaltigkeit okay ja mach lieber auch Vollmantel und kannst du den nicht leisten ach so schnell Feuer ach so schnell Feuer und dann gehen wir auf die Tate dann haben wir noch ein bisschen Absicherung oh mein Gott Alter war das knapp nein 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 oh shit ich müsste was entweder ich muss boah ich hab keinen Plan was ich hier mache ähm komm lass ich doch platzieren oh mein Gott ey oh mein Gott oh mein Gott so eigentlich müsste das noch ein bisschen Schaden mit reinhauen also machen ohhhh shit happen ähm machen machen mal auch wenn ich mich jetzt Eisaffen mich gar nicht auskenne vielleicht halten wir einen Teil davon auf Alter Alter das war das Ende das ist das Ende das ist das Ende das gibt's doch nicht oh mein Gott 162 haben wir noch Alter was soll ich denn stellen wieviel Runden haben wir denn noch vor uns oh wir sind erst bei Runde 43 Alter ist das Spiel äh oh was kann ich denn noch stellen ich muss stärker werden ok eigentlich wäre jetzt gar mal so schlecht noch so ein Schlucker oder 2 die so ein bisschen was mitnehmen oh mein Gott ey oh mein Gott ey und scheiße ich bin gerade piep hier eigentlich also Blutzaus defense 5 geiles game ich bin aber zu blöd dazu all das ist doch schon wieder zu viel oh gerade so so das können wir auch mal machen ne ja klingt das was nö oh mein Gott ey ich hab die gar nicht gehört ah ok 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 oh äh ja nein nein oh nein oh nein oh nein oh das ist das Ende uuuuh Alter wir müssen so oder so auf Wachkanonen das geht ja gar nicht hin oh mein Gott ey oh mein Gott ey ja ich bin so richtig schlecht ich stelle jetzt mal alles hin und versuche irgendwie das zu retten ja die kann ich auch noch tun ich weiß ich mache erstmal das und will erstmal hier drauf ok jetzt machen wir erstmal weiter jetzt ist schon mal alles ein bisschen stärker ne oh mein Gott ey alter das ist so was ich in dem Spiel nicht toll finde wie viele von den Dingern kommen immer so radikal viele und dafür gab es noch keine großen Schiffe jo jo fanik nein hab ich noch ein gebürscht ne 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 gar nicht auch ne kommt schon ähm das machen wir mhm gerben no problem halte halte nicht gar nicht kann ganz kurz einfrieren oh vielfältig später man soll nicht ein bisschen blöd aber nein wir sterben wir sterben wir sterben nicht halte ich dachte es vorbei mein gott noch 14 runden okay wir haben auf jeden fall kohle okay ich kann immer noch nicht selbst mit sehr viel getan anfangen halbautomatisch ja all das sieht die ganze so knapp aus jeden fünf sekunden vom herzinfarkt aber ist okay alles geil und ein okay das war's das war's das war's ja nicht was die batterie das war's nicht zum glück alter gut man hätte wird auch langsam leer ist nicht schlimm schaffen wir auch nicht noch also nur zu kurz vor der panikattacke gehen wir jetzt einfach sagen noch was sagen wir dann war's das video ich habe auch nicht mehr so viel geld in der hinterhand um da irgendwas noch freizukaufen ist dass er nicht machen konnte idiot ja nichts machen erst mal den zweitpunkt fertig lalala habe ich habe ich ja feuer ist immer gut feuer brennt so schön ok sieht auf jeden fall stabil aus null punkt ich denke jedes mal wir sterben aber wir schaffen es gerade so das sind doch sechs runden okay ich habe 6000 was kann ich auf die schnelle noch machen das jetzt wirklich effektiv wäre das hier ne 3 3 rohre kommen hier gehen wir dann nicht auf drei rohre und ich habe kein geld mehr ach du scheiße ein großer großer ok null punkt alter ohne scheiß ich kriege jetzt mal panik gesagt nein 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 Alter was kommt denn da alles das ist ja wie der hölle nein ok wir sterben wir sterben wir sterben nein okay das was mit dem es tut mir leid oh mein gott drei runden vor ende wir haben die abgekackt runde 62 ja das ist immer so schwer das ist mein gott war das heftig ja ich hoffe es hat euch gefallen die karte auch ich wünsche einen schönen tag einen kunden morgen und einen noch besseren abend ich bin ich mit raus peace